Also wir wären gerne Großmeister in... Wasser-Magie, Luft-Magie? Nein. Seelen-Magie, Seelen-Magie? Nein. Geist-Körper. Oh! Wir wissen nicht, wo der Großmeister ist. Aber wir wissen, wo der Meister ist. Und der Meister weiß, wo der Großmeister ist. Also müssen wir ebenfalls... ...nach Tatalya. Okay. Und bevor ich jetzt vergesse, warum ich überhaupt nach Tatalya will, ...sollte ich nach Tatalya gehen. Äh... So. Nee. Klavier. So. Also. Häuser abklappern. Äh... Also wir müssen nicht mal wirklich abklappern. Und mir fällt gerade auf, dass wir immer noch keine Begleiter haben. Das sollten wir auch noch ändern. Steal... ...Evelem Trashias Moore. Ich glaube, Thomas Moore war das. Der auch ein Schriftsteller war. So. Garis, der Gansmacher. Gibt eine Rassia. Aber ich glaube, er kann nicht Großmeister werden reparieren. Oh, doch, kann er. Okay. Das ist schon mal gut. Und wir sind risikofreudig. Ah. Vier Reaktionen permanent. Wollen wir jetzt alle, uns alle, die Lampen für vier Reaktionen jeweils verbrauchen? Wir haben 20 Punkte Reaktionen. Und man findet die immer wieder. Ähm, wir hatten noch nicht so viel. 27, 104, 21, 21. Joa, dann kriegst du doch mal du und du und du und du und du ein. So. Wieder ein bisschen Platz. Also, das war Thomas Moore. Und jetzt bräuchten wir Bomber. Und zwar Bruder Bomber. Weinkeller Samson. Das Depot. Flussfels. Äh... Der wohnt bestimmt wieder in so einem Gemeinschaftshausen. Laut Markhams Villa. Raus zoomen. Ja, Stand im Süden. Total, ja. Na gut, dann halt auf die alte Tour. Von Tür zu Tür laufen. Bürger. Chefkoch. Nö. Wir wollen keinen Chefkoch. Waffenmeister. Nein. Stehlen. Nein. So was machen wir nicht. Wir sind gut. Haben wir einen Tunnelabrun an? Kettenexperte. Das war praktisch. Bin nicht danach gesucht und trotzdem gefunden. Ein Reiter. Nö. Nö. Ich verkneife mir was über Reitlehrerin. Reparierenmeister. Sind wir gerade schon geworden. Obwohl es normalerweise ja meistens eher die Reitlehrer sind, oder? Hm. Lassen wir das. Also, hier war es schon mal nicht. Also muss es irgendwo in dem Gewusel hier sein. Wo wir auch gerade den Weinkeller gesucht haben. Der da war. Hier war die Händlerin. Körpermagie-Meister. Körpermagie-Meister. 4.000 Gold. Und Tempus. Großmeister der Körpermagie lebt auf einer Insel in der großen Bucht von Afli. Danke. Damit können wir arbeiten. Warum? Achso, es ist nur temporär. Damit können wir jetzt übrigens aber auch sehr gut rumspielen. Also, vor allem wenn wir später die Lloyds Beacon haben zum hin und her teleportieren. Dass wir wichtige Brunnen markieren. Denn zum einen Brunnen hin teleportieren. Trinken und dann dahin teleportieren, wo wir eigentlich kämpfen wollen. Weil es vergeht ja keine Zeit beim Teleportieren. Das ist schon echt praktisch. Aber gut, du willst nach da. Dann fliegen wir mal wieder, ohne aus Versehen an Elfen abzuschießen. Zu den Stellen. Bis nach Afli. Da fliegen wir zur Insel. Und dann gucken wir weiter. Haben wir hier neue Hufweisen? Ja. Zing. Zing. Und. Zing. Guten Tag. Drei Tage aus Afli. Ja. Und neue Hufweisen. Ach ja, das ist schön. Ganz viele Fertigkeitspunkte einfach so. Aber wir wollen hier eine Bucht. Beziehungsweise auf eine Insel in der Bucht. Und das war hier irgendwo. Da waren ja doch recht extravagante Lehrer. Die wir jetzt in Anspruch nehmen müssen. Denn wir sind inzwischen extravagant. Wir fliegen rum. Wir teleportieren rum. Wir sind echt ganz tolle Typen. Gold. Oh, Gold. Alchemie Großmeister. 6.000 Gold. Das war auch ein schöner Zufall. Meditation Großmeister. Das ist sehr schön. Erfrischend. Oh, schade. Körpermagie Großmeister. 8.000 Gold. Das dauert eine Weile. Das heißt, jetzt bräuchten wir eigentlich diesen Zauber, der die ganze Gruppe heilt. Den finden wir wahrscheinlich hier. Bei den Schulen, da oben. Der Nerassia ist ja eine recht klerikal angehauchte Stadt. Elementarmagie findet man hier gar nicht. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die oberste Körpergilde hier war. Weil man braucht ja bestimmte Stufen an Gilden, um bestimmte Zauber zu bekommen. Hier ist aber eine Meistergilde. Willkommen in der Körpergilde. Das heißt, wir werden keine Großmeisterzauber finden. Was ärgerlich ist. Willkommen in der Gilde der Seele. Haben wir noch irgendwas? Oh, oder doch. Ha. Das heißt, wir müssen das echt im Auge behalten hier. Oh. Nevermind. Das ist die oberste Gilde der Seele. Und warum habt ihr nicht die oberste Gilde der Körpermuggie hier? Das ist doof. Ja, Auferstehung brauchen wir später auch. Haben wir jetzt nur noch nicht das Gold für. Und wir sind noch nicht mal Großmeister in Seele. Und das würde nochmal 8000 kosten. Also, das verkneifen wir uns erstmal. Aber merken. Oberste Gilde der Seele, Erassia. Meistergilde, Körper, Erassia. Und Adeptengilde. Also, die Menschen haben es nicht so mit dem Geist. Das könnte eine Anspielung sein. Okay. Gucken wir einfach zurück nach da. Fliegen können wir ja noch. Okay. Und schauen hier. Hier waren die Elementargilden. Wasser. Adept. Willkommen in der Gilde des Wassers. Das war nicht geplant. Meistergilde Feuer. Adeptengilde Erde. Willkommen in der Erdgilde. Das haben wir alles. Und Meistergilde Luft. Willkommen in der Luftgilde. Fliegen können wir. Implosion können wir. Fliegen können wir. Fliegen können wir. Aber hier gab es auch Klerikale, oder? War das ein Affli? Ach, ist das schön fliegen zu können. Aber ne. Es war ein Affli. Affli. Oder war. Also. Wieder zu den Stellen. Dann wird sich auch wundern, was da los ist. Warum kommen die immer wieder zu meinen Stellen geflogen? Wenn die fliegen können, warum wollen die reiten? Aber so geht es halt einfach. Oder auch nicht. Hammondale. Ne, da wollen wir gerade nichts machen. Sind die Bäume denn auch wieder da? Müssten sie, ne? Ja. Kaputt. Ach, kaputt. Ah, so ein bisschen Gold. Schade nicht. Die droppen nämlich ab und an Edelsteine. Okay, anscheinend ganz selten. Aber. Gold auf dem Boden. Ein Edelstein. Noch ein Edelstein. Man muss nur meckern. So. Jetzt reicht es aber. Außer es ist hier noch eben Gold auf dem Boden. Ach ja. Oh, dahinten ist noch mehr Gold. Zing, zing. Na komm, jetzt aber. Genau rumgespielt mit riesigen, wandelnden Killerbäumen. Und Körpermeistergilde gesucht. Oder oberste. Ne, eigentlich nur die oberste. Hier war nix. Hier war was? Au. Schnelle Bögen. Außenposten. Außenposten. Ausbildungshalle. Nee. Lagerfreue mit Ringen. Ja. Auch wenn das nicht so gute Ringe sind, aber jedes bisschen hilft, wie wir gerade merken. Wir knabbern ja doch ein wenig an der, naja, nicht wirklich Armutsgrenze, aber wir haben so hohe Unkosten, dass alles, was reinkommt, selbst wenn es ein wenig mehr wird, recht schnell wieder weg ist. So, was haben wir hier? Oberste Gilde des Geistes. Also, Elfen sind die obersten, Menschen sind die niedrigsten, was Geist angeht. Äh, Massenfurcht, Hirnschlag, Hirnschlag, Massenfurcht. Oberste Gilde des Körpers. Okay. Also, Effli für Körper und Geist und Menschen für Seele. Willkommen in der Körpergilde. Kraftheilung. Das war das, ne? Gib der gesamten Gruppe gleichzeitig verlorne Trefferpunkte zurück. Zehn Trefferpunkte plus fünf pro Fertigkeitspunkte Körpermagie. Kostet 18.000. Das ist happig. Haben wir genug dabei, um was, naja, wir können ein bisschen was verkaufen, aber 18.000, denke ich, kriegen wir nicht zusammen. Du gehst da hin. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Kommt alles weg. Schon eine Macht, Drachenhauch. Drachenhauch behalte ich mal, der Kress kann weg. Taktischschutz, das können wir selber zaubern. Armageddon. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass Talana einen Armageddon-Spruch behalten sollte. Das klingt irgendwie falsch. So, ihr könnt weg. Ich würde gerne helfen. So. Plus zehn auf Intellekt und Glück. Zing. Du hattest auch noch einen Ringen, die wir anziehen wollten, oder? Mit Rüstungsschutz? Genau. Besser als nix. Kinkerlitzchen verkaufen. Geht das hier bei den Elfen irgendwo? Ich glaube nicht, dass die hier einen Magie-Shop hatten. Den gab es nur in... Da. Nur wo war die Frage? Ups. So. Stadthalle. Nein. Haus. 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 Das war ein größeres Gebäude. Ah, hier glaube ich. Sucht ihr etwas? So. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. 18.500. So. Also wieder weg. Dann haben wir aber den Zauber. Und... Okay. Zehn Punkte plus fünf pro Fertigkeitswert. Das heißt, sie hat zehn Fertigkeitswert. Also 55 Heilungen. Wie viel hast du? Ein Drittel von Talanas Leben. Pro Spruch. Ist okay. Kann man nicht meckern. Sollten wir aber definitiv noch erhöhen. Du. Fliegen. So. Das war... Ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Hier. So. Kraftheilung. Und wir sind pleite. 172 Gold haben wir noch. Ein neuer Zauber. Perfekt. Hm. Und zwar ist das hier. Kraftheilung. Zehn plus fünf... Äh... Sechzig Punkte waren es dann, ja. Kostet allerdings auch 30 ZP. Und sie hat jetzt schon Zauberpunktprobleme. Da die Buffs ja so viel kosten. Müssen wir im Auge behalten. So. Was haben wir jetzt noch alles, was wir machen sollten? Hm. Ja. Kondition. Platte und Schild. Streitkolben. Das alles auf Meisterbringer. Dafür brauchen wir jetzt nur wieder Gold. Das heißt, ich denke, wir sollten als nächstes etwas machen, wo wir wirklich Gold zusammen bekommen. Wir könnten mal ganz kurz bei den Titanen reingucken. Aber ich denke, das wird nichts. Was haben wir denn noch so? Wir haben Klacknacks Laboratorium auseinandergenommen. Wir haben in Tertalia den Weinkirr auseinandergenommen. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Nigen. In Nigen haben wir noch die Tunnel. Auch wenn die ganz schön nervig sind wegen den Augen. Aber wir könnten dann die Zauberumstände, dass die Augen getroffen werden. Denn wir können zu den Nekromanten. Denn statt von Nekromanten zu blühen, wird bestimmt sehr lukrativ sein. Die Frage ist nur, wie schmerzhaft es sein wird. Und Versuch ist auf jeden Fall wert. Und ich glaube, ich lege mich lieber mit Nekromanten an, als mit Titanen. Ja. Sonst so an Dungeons? In den liegen Bergen gab es noch mehrere. Aber das wird auch recht happig sein. Sonst fällt mir gar nichts ein. Aber gut, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ich speichere ab. Und dann gehen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge in die Hölle. Also, bis denn. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.